Blatt, blatt, aber la papp, ehe man sich versüht, ist schon wieder platten Freida. Jo, levelet, ich hab nie, jo, hab ich nie nur ein neues Fuchsunterricht oder nicht? Was mache ich hier? Ist doch ein Bondbuch, oder nicht? Schickt euch das mal an. Und wir hören, naja, essen Spos und würden Spos vorziehen, Spos mit Spos, ja. Jo, was wolle ich schon sagen? Jo, was ich gern schon ist, hab ich belebt, Laxtes von Wittenland, jo, werden wir nicht in Italien in Terizzi, wo wir eigentlich wen hören, die wären aber vom PC und hätten uns die Preisverleihung, den Award von Filmfest, Filmwebfest in Terizzi ansehen. Und ich verstehe, ich bin nur so, wie, jo, für Schauspielers von der Serie, Freelancers, hätte ich Ries kriegen, wie Ahlen zu so, ja, und ich bin nur für die, wer hätte das gedacht? Jo, ich nicht, ne. Jo, nur frei, ich bin natürlich ganz toll darüber. Und wir haben doch blau noch Hans-Dorf, obens, ne. Wir haben den Blicken und hab den Spannisch-Reiter, oba. Und auch das junge Lüt, der da den Preis kriegt, hätte ich auch das Make-up-Krieg. Jo, und nun wird ein bisschen nass, da sind wir gut. Jo, und die werden eben befreit kommen und werden noch eine Waffe eben, heiß und kalt. Jo, heute ist ja nicht ganz so warm, aber, bevor man auch mal was, was für die Seele trug. Der Weg, der wär nicht so gut, der wär wird ein Po von Röner. Jo, aber nun wird mir wohl weiter auf Obstin, der Ast und Kipp wird der Söhne angewogen. Ist das nicht schön? Jo, wir hätten ihn nur im Visier. Ich wünsch jo nun ein schönes Weg in die End, und wir sehen uns dann nächste Weg wieder. Mocht dat go, tschüss. Platt, platt, pappalapp, papp. Jo, da bin ich weder. Am Plattenfreitag ist die erste im Juni, ne? Jo, oh Mann, oh Mann. Dat halbe Jahr ist ja nun fast schon rum. Jo, ich sit jetzt hier auf meinem Balkon. Und wir fühlen, dat ist jetzt der Plattenfreitag Nummer 2. Wie wären wir denn unterwegs? Und da hab ich mir so ne Gegend und sorgt, wo ich den Plattenfreitag mogen wollte. Und dat wär so laut. Ich glaub, ich hab nix hören können, was ich mir vertelt hat. Jo, und nun mag ich dat hier noch mal. Und den anderen ist klar, da geh ich dann hinten an, ne? Jo, und mit dem Köln worden, ne? Wird dat Schallblick Regen geben. Ist schon ganz schön düster worden. Jo, und wat gif dat meis? Jo, wat ganz feines. Womit ban ich Bilderfreiheit heft. Dat wär dat Apulia Filmfest. Wat letztes wegen in Pfingsten wär. Und da wären wir ja auch eigentlich in Italien gewesen. Und wir wären doch Bi gewesen. Und die habt uns dat nun am Computer ankickt. Ankicken? Ankickt? Jo. 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 Joomit, so hat mit Freelancer, zur すel nix die Webserie, die keine Arbeit mehr haben. Und immer mal hinten verarchieren. Und Vertrachten, also bange ich, bange ich schlechte Arbeitsbedingungen. Jo. Jo. Und da habe ich eine Lübe Rollung gehabt und wir haben einen Priester gekriegt und bester Schauspieler. Und ich würde Klaus-Pieter auch mit bieten. Wir haben uns so überfreit. Und wir haben noch eine Flasche Shampoos gemacht und haben Angst. Und das ist auch ein Goal. Hauptsache das wird schon. Und ansonsten sind wir gekauft haben. Ich bin nicht alle. Da hat der Finanzamtgeld von uns heim und Vodafone. Wir hätten ihn nötig, den Vertrag abzuschlippen. Und noch so ein paar andere Suppen, die mir auch tun. Das können wir drüben. Und nun hoffe ich, dass ich wieder auf dem Obstiegenden Ast bin. Und das wird auch wieder bitter werden. So, ich sage jetzt einfach mal Tschüss und wünsche ein ganz schönes Wickenend. Habt das gut. Oh, ich weiß noch, sehen wir. Letzten Sündach, neben Mondach, wären wir in Moorburg. Und sind da auch ein Dixerzehren. Und das wäre vielleicht schon. Jo, mocht das auch mal Moorburg an der Elf Süderelbe. So, und nun sage ich aber wirklich Schluss und mocht das gut. Und jo, lief gesund. Löt, lief gesund. Tschüss.